Die Erfindung des Babyphones war und ist für viele Eltern ein wahrer Segen, der es ihnen ermöglicht, ihre Abende etwas entspannter zu verbringen. Mühsam kann es trotzdem werden, wenn das Baby oder Kind unruhig schläft oder man Geräusche nicht exakt zuordnen kann. In diesen Fällen schafft ein Babyphone mit Kamera Abhilfe. Mit Hilfe eines solchen Geräts kann ein möglicher Fehlalarm rasch und mühelos abgeklärt werden. Hallo! Heute sprechen wir über den Top 5 besten Babyphone mit Kameratest. Für weitere Informationen zu den Produkten habe ich die Links im Beschreibungsfeld unten eingefügt. Lass uns anfangen! Beginnen Sie unsere Liste mit Nummer 5. Das Babyphone hat eine gute Videoqualität und ist dank des mitgelieferten Ständers besonders mobil. Es hat eine lange Akkulaufzeit und funktioniert gut als Schwenk- und Neigekamera mit automatischer Nachtsicht. Es verfügt über einige praktische Funktionen, wie zum Beispiel die Temperaturüberwachung, so dass Sie das Zimmer Ihres Babys im Auge behalten können, auch wenn Sie das Haus verlassen. Leider gibt es keine Möglichkeit zu erkennen, wie weit die Kamera entfernt ist, wenn das Signal schwach ist, so dass Sie nicht genau sagen können, ob Ihr Baby in der Nähe oder in einem anderen Raum ist. Die Nachtsicht ist gut, aber es ist gut, dass die Kamera über eine Infrarotfernbedienung verfügt, falls Sie sie verwenden möchten, ohne das Licht einzuschalten. Auf Nummer 4. Das RNT Babyphone mit Kamera bietet viel Gutes für den Preis, einschließlich 1080p Video mit 940nm Infrarot Nachtsicht, 355 Grad Schwenk- und Neigefunktion, mit der Sie die Kamera bewegen können, um die Aktivitäten Ihres Babys zu erfassen, und Bewegungs- und Geräuscherkennung, die automatisch oder manuell ausgelöst werden kann. Sie verfügt über eine App, mit der Sie das Zimmer Ihres Babys rund um die Uhr sehen können, und bietet verschiedene Schlaflieder und Nachtlichtoptionen. Es gibt auch einen Temperaturmonitor und eine Temperaturanzeige. Die Videoqualität ist klar und der Ton ist gut. Sie können jeden Clip aufzeichnen. Aber es ist ein bisschen laut, und bei unseren Tests blieben einige Clips für mehrere Sekunden stehen. Auch der Bildschirm ist klein, 5 Zoll. Auch der Weckton ist etwas nervig, also sollten Sie den Monitor nicht im Bett benutzen. Obwohl dieses Überwachungsgerät ähnliche Funktionen wie unser Testsieger, das Baby Whistle Me, aufweist, war es leiser, hatte ein klareres Bild und hielt mit einer Ladung länger durch. Es ist das einzige Babyphone, das wir getestet haben, das eine Weckfunktion hat. Für mehr Informationen, schau dir die Beschreibung unter dem Video an. Auf halbem Weg unserer Liste auf Platz 3. Wir hätten uns kein einfacheres oder intuitiveres Babyphone vorstellen können, bis wir das Eufy Security Space View in Aktion gesehen haben. Es übertraf jedes andere Überwachungsgerät, das wir für diesen Ratgeber getestet haben, sowohl in Bezug auf die Bildqualität als auch auf die Reichweite, und es ist das einzige Überwachungsgerät, das wir mit einem Zweiwege-Audiosystem getestet haben. Das mitgelieferte Objektiv bietet einen Weitwinkel von 110 Grad, und die Objektivhalterung kann horizontal und vertikal verschoben werden, sodass Sie eine Reihe von Eckansichten erstellen können. Neben dem Hauptdisplay verfügt das Space View auch über ein zweites, kleineres Display, das im Elternzimmer aufgestellt werden kann, um zu zeigen, was das Baby sieht. Die Größe des zweiten Displays kann zwischen 1,5 und 5 Zoll eingestellt werden. Wir haben die ausgefeiteren Funktionen des Space View, wie zum Beispiel die Kameraschwenkfunktion, nicht genutzt, aber Sie können mehr von Ihrem Baby sehen und sich leichter an seine Bedürfnisse anpassen als bei jedem anderen Monitor, den wir getestet haben. Bei Nummer 2 Das 5,5 Zoll Video Babyphone von Jabba gefiel uns nicht nur wegen seiner Videoqualität, sondern auch wegen seiner allgemeinen Benutzerfreundlichkeit und seiner Funktionen. Die Videoqualität ist offensichtlich hervorragend, ebenso wie der Bewegungsbereich der Kamera. Und das Beste ist, dass der Akku lange hält. Er bietet eine Aufnahmezeit von etwa 30 Stunden, eine ausreichend lange Akkulaufzeit, um das Gerät über Nacht eingeschaltet zu lassen, wenn die Kamera an der Wand montiert ist. Gut gefallen hat uns auch, dass das Jabba Video Babyphone mit Kamera über eine zweiweige Audiofunktion verfügt, mit der Sie Ihr Baby sowohl beruhigen als auch rufen können, praktisch, wenn das Babyphone außer Reichweite montiert ist. Einer der einzigen negativen Aspekte des Jabba Video Babyphones mit Kamera ist, dass es nicht so hochauflösend ist wie das MoGo Pro 1080p vs. 3,2K, so dass es nicht ganz die gleiche Pixeldichte und Tiefe wie dieses Gerät hat. Und schließlich die Nummer 1 auf unserer Liste. Das Babyphone ist ein guter Kauf, den Eltern zu schätzen wissen werden. Es ist einfach zu bedienen und funktioniert gut. Es hat eine gute Akkulaufzeit, einen schönen Bildschirm und funktioniert gut als Babyphone, besonders wenn es mit den zweiwege Lautsprechern und dem Mikrofon verwendet wird. Es ist gut verarbeitet und passt problemlos auf eine Kommode. Der einzige Nachteil ist die Tonqualität. Sie können die andere Person zwar hören, aber die Tonqualität ist nicht besonders gut, so dass Sie vielleicht in ein paar hochwertigere Kopfhörer investieren sollten. Daten auch Ihre Z Billihe expressing zum Beispiel auch im Journalistenz, das weil ich heute noch jeden Fall checke mit derrizeren mound. Und zwar wird es jetzt gut, wird es irgendwie ähnsteins gustet. Es wird auch gleich auf andere Kontext aus migratedelt.